Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga, ich grüße euch und heiße euch natürlich mal wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Manga Review, einer Kurz Manga Review, einer Manga Kurz Review. Ich vergesse immer, in welcher Reihenfolge ich die Wörter gesetzt habe, zu einer Manga Kurz Review und heute sprechen wir, weil wir in den Shonen Weeks im Moment sind, sprechen wir natürlich über Battle Shonen und da ist einer, den habe ich erst vor kurzem einfach auch aus diesem Grunde, wegen dieser Battle Shonen Week gelesen und zwar ein Manga von, ja, dem Mangaka, einer der größten Battle Shonen Mangaka, kann man sagen, Ob man es mag oder nicht, ist egal. Hiro, Mashima, der Mangaka hinter Groove Adventure Rave und natürlich, nicht zu vergessen, Fairy Tail. Der Mangaka hat einen Manga rausgebracht, parallel zu Fairy Tail und hat das Ganze in zwei Bänden abgeschlossen. Der Manga hört auf den Namen Monster Soul, ist bei Carlson erhältlich, also beziehungsweise man wurde bei Carlson publiziert, kann man noch für Nabel und Nei bekommen. Da es nur zwei Bände sind, ist das so ein Ding, das die Leute schnell gerne wieder loshaben möchten, deswegen kann man auf jeden Fall tun. Der Manga wurde 2005 ins Leben gerufen, im Dezember wohl bemerkt, und wurde dann 2007 im August beendet in Japan. Und, ja, das ist, wie ich halt erwähnt habe, ein Battle Shonen. Und worum geht es in Monster Soul? In Monster Soul geht es um ein, ja, ein großes Land namens Elfenland, ist jetzt sehr kreativ. Und in diesem Land leben Menschen und Monster im Einklang. Oder zumindestens versucht man es, aber letzten Endes ist es nicht wirklich so, sondern Monster leben getrennt in sogenannten Dungeons, beziehungsweise Untergründen. Und die Menschen leben oben in Städten und was der Geier. Und es ist nun mal so, dass die Menschen eben böse Dinge über die Monster erzählen und ihnen Kindern Angst machen in der Erziehung und so weiter und so fort. Und die Monster wiederum sind eigentlich gar nicht so schlimm. Und da kommen wir auch schon zu unseren Hauptprotagonisten. Und zwar ist das eine wirklich charmante und sympathische Gruppe aus zwei Dudes und zwei Dudettes. Zum einen haben wir Aki, einen Hoodie-Träger, der sich in eine Wolfsbestie verwandeln kann. Dann haben wir Toran, eine, ja, wie soll ich sagen, eine etwas tapsige, ja, eine etwas tapsige, ja, Sandfrau. Ein Mädchen, das sich in Sand verwandeln kann. Dann haben wir James, ein, ja, Frankenstein-Monster, einfach, um es mal einfach so auszudrücken, ganz easy. Der, der aus Gaggründen gerne mal sein Gesicht verliert, war beim ersten Mal lustig, beim zweiten Mal ging es auch noch. Und beim vierten, fünften Mal fand ich es langsam ein bisschen unspektakulär und einfallslos. Aber hey, es war sein Signature-Move und, jo, war okay. Okay, und dann haben wir noch Mami und Mami ist, ja, was ist sie? Eine Mumienfrau wird sie genannt, aber letzten Endes, ja, so viel Mumienhaftes hat sie eigentlich nicht an, außer, also an sich, außer, dass sie in Bandagen eingewickelt ist und mit Bandagen kämpfen kann. Aber hey, ist ja auch egal, es sind ja nur zwei Bände, braucht man nicht allzu, ja, tiefgründig sein. Was auf jeden Fall cool ist, diese vier sind super charmant und in einer Kombination der Gruppe wahnsinnig unterhaltsam, wie ich finde. Der Manga erzählt die Geschichte von diesen Vieren, die mal in irgendeinem damaligen Krieg, äh, Monster gegen Menschen, äh, sehr, sehr erfolgreich waren und, äh, dementsprechend steckbrieflich gesucht werden, sehen aber bei weitem nicht so aus, wie das, was man auf den Steckbriefen so sieht. Ähm, und keiner erwartet von diesen vier Monstern, dass sie aussehen eigentlich wie Menschen. Und das liegt daran, dass diese Monster eben keine reinblütigen Monster sind, sondern, ja, halb Monster, halb Mensch. Weil Vater oder Mutterseits einer der beiden auf jeden Fall ein Mensch war und die andere Person ein Monster. Und, äh, so geht es einher, dass, äh, diese, äh, Monster, die das Ziel haben in dieser Gruppe, die Menschen und die Monster zu vereinen, sodass es irgendwann eine Zukunft gibt, in der Monster und Menschen glücklich miteinander leben können. Eine schöne Sache. Die vier nennen sich oder werden The Black Airs genannt, die schwarzen Lüfte. Warum auch immer, man weiß es nicht, es ist einfach so. Wahrscheinlich ist einfach nur der japanische Sinn dahinter, weil es auf japanisch cool klingt. The Black Airs oder sowas. Und dann gehen die Japaner ab und denken, wow, da klingt das geil. Sinn ist nicht vorhanden, aber ist egal. Es geht um den Style. Und den hat der Manga. Ähm, die Zeichnungen sind gewohnt, wie Mashima seine Charaktere macht, macht nun mal. Und gibt es Parallelen? Ja und nein. Also, zu Fairytale und Groove for Danger, Rave und so weiter. Man findet schon, also Mashima neigt dazu natürlich, schon sehr ähnliche Richtungen einzuschlagen, auch was Comedy- oder Edgy-Momente angeht. Äh, wobei der Edgy-Anteil natürlich in zwei Bänden ziemlich gering ist. Äh, wer weiß, wenn der Manga vielleicht zehn Bände hätte, wie es dann aussehen würde. Aber so hält sich das super im Rahmen. Kein Vergleich zu wahrscheinlich, was später bei Fairytale und so abgeht. Ähm, ja und zum anderen ist es einfach diese, ich mag einfach schon diese schöne Message an sich, so dass man diese Monster vereinen möchte. Und, äh, wir kriegen von allen vier Charakteren auch noch eine kleine Background-Story. Für zwei, äh, Manga-Bände finde ich das echt cool. Weil man kriegt halt für diese zwei Bände halt auch wirklich noch Hintergrund-Infos über die Charaktere. Und hat halt hier und da eben so eine Art Mini-Arc am Start. Und, äh, ja, die bösen drei am Ende, die dann besiegt werden. Dann noch so ein großer Obermotz am Ende. Alles ganz cool gemacht. Es ist nichts weltbewegendes. Aber für diese zwei Bände muss ich hier auch, ähnlich wie bei Phantasma sagen, hat es für mich wahnsinnig gut funktioniert. Und auch wiederum geärgert, dass es nicht weitergeht. Denn ich finde, Monster Soul ist so charmant gemacht, ähm, dass ich mir echt gewünscht habe, warum hat er nicht daran weitergearbeitet. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es gibt viele Fairytale-Fans und ich bin bei weitem niemand, der Fairytale schlechtreden möchte. Aber ich fand jetzt den Anfang von Monster Soul, äh, gerade wenn man die ersten zwei Bände jetzt so sieht, wird wesentlich stärker und ansprechender als Fairytale. Ich finde, Fairytale hat im Vergleich, ähm, zu seinen ganzen Werken, finde ich, den schwächsten Anfang. Weshalb ich damals ja auch Probleme hatte, überhaupt in Fairytale reinzukommen. Der Anime, die ersten Episoden, fand ich schon wirklich nicht so berauschend, dass es mich motiviert hat, weiterzumachen. Und auch beim Manga habe ich gedacht, oh, ob das noch was wird. Man muss dann ein bisschen Geduld haben und dann kriegt man es so leicht mit. Dann funktioniert es irgendwie auch. Bei Monster Soul war ich sofort drin. Ich hatte Bock, ich fand die Charaktere, die sind vor allem so, so lustig. Die sind so dämlich miteinander. So richtig, absolut, super dämlich miteinander, dass es einfach nur Spaß macht. Die sind, ja, wie soll man sagen, ähm, Aki verwandelt sich zum Beispiel in dieses Monster, aber wenn er sich dann wieder zurückverwandelt, weil er diese Verwandlung auch nicht ewig halten kann, muss er sofort schlafen. Egal wo, an welcher Stelle, er schläft sogar im Stehen oder er lehnt sich gegen einen Baum mit der Fresse. Er ist instant im Schlafmodus und kann dann nicht mehr kämpfen. Also, herrlich. Äh, Toran ist einfach, ja, die ist einfach tollpatschig und, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen der Comedy-Aspekt so unter den, äh, vier, wobei alle schon lustig sind, aber Toran ist halt immer noch so die, die noch so eine Schippe drauflegt. Äh, James ist, äh, ja, wie soll ich sagen, James hat am wenigsten Charakter von den, äh, vier, aber es ist so interessant, weil er hat diese, er hat diese ruhige Frankenstein-Art, aber er kann auch extrem aus sich rausgehen, zum Beispiel, wenn er verliebt ist oder sowas. Dann ist er, hat er auf einmal einen ganz anderen Charakter und das fand ich auch cool an ihm, weil das, das hat ihm so eine gewisse Note gegeben und, äh, Mami ist halt unser, ja, unser, wirklich unser Edgy-Faktor, äh, denn sie hat eine, wie ich finde, doch sehr amüsante, äh, Spleen, aus irgendeinem Grund, äh, den man im Japan, in der japanischen Übersetzung mehr, also in der englischen Übersetzung zum japanischen mehr versteht, ähm, weil es ihr immer um, Entschuldigung, weil es ihr immer um Charme geht und so weiter, ähm, hat sie irgendwie diese komische Anwandlung, sich auszuziehen, sie sagt so nach dem Deutschen, sagt sie dann halt immer so, äh, in einem ganz unpassenden Moment so, ja, dann muss ich mich jetzt wohl ausziehen und alle sagen nur, was, warum, was, was, was hat das jetzt, warum, warum willst du dich jetzt aus, mitten im Kampf, so, ey, dann muss ich mich jetzt ausziehen, warum, warum willst du dich ausziehen? Die hat irgendwie diesen Spleen drin und, äh, wird einem immer, immer davon abgehalten, sich auszuziehen in dem Moment. Es ist, es klingt dumm vielleicht, wenn man es erzählt, aber ich fand den Effekt beim Lesen irgendwie witzig. Also, auch Mami ist in diesem Humor-Aspekt sehr amüsant. Kann ich den Manga empfehlen? Ja, probiert's aus, das sind zwei Bände, wenn ihr Fairytale mögt, wenn ihr Adventure Rave mögt, wenn ihr den Monster Hunter Orange Manga mögt, wenn ihr, äh, seine Kurzgeschichten mögt, wenn ihr halt irgendwas von ihm nur ansatzweise mögt und Bock auf eine kleine, aber feine Battleshow-Nen-Geschichte habt mit sympathischen Charakteren und, ja, ich sag mal, ganz netten Kämpfen, dann, ich denke, für zwei Bände ist das Geld definitiv nicht zu schade. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich wieder einmal fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, äh, ich wünsche euch wie immer noch einen wundervollen und weiteren Aufenthalt in der Maison Manga. Bis dahin, ich bin euer René und ich sage wieder einmal, ich habe einen Frosch im Hals. Ich sage erneut, tau, bye-bye. Bis dahin, ich bin euer René. Vielen Dank.